guten tag meine freunde hier mal ein update für samstag und zwar jetzt gibt es eine neue regel diese 3g regel wie heißt ich lese euch das mal kurz vor was jetzt der aktuelle stand ist zutritt halten nur geimpfte genesen und getestete getestete personen sind mit einem von offizieller seite getätigen schnelltests der nicht älter als 24 stunden ist oder mit einem pcr test oder nicht älter als 48 stunden die erfassung der persönlichen daten erfolgt ausschließlich auf elektronischen weg also luca app installieren sich registrieren qr code generieren und vorzeigen und einchecken genau der entsprechende qr code wird euch beim einlass zugänglich gemacht es werden sitzplätze geben wir haben jetzt die möglichkeit dadurch zehn weitere plätze zur verfügung zu stellen ich weiß noch nicht ich muss recht zur arbeit ist es mitten in der nacht ich wollte das aber jetzt mal fertig machen ob ich jetzt im shop noch die tickets freigebe oder ob wir abendkasse machen da würde ich euch auch noch auf dem laufenden halten wie ihr festgestellt habt die leute die tickets gekauft haben im shop als fan keine tickets versandt das hat einen ganz einfachen grund weil wir auch dieses das haben wir letztes jahr schon so gemacht und wir wollten das auch so am besten kontaktlos wie möglich halten und diese paar euro für die tickets die werden bezahlen müssen wollten wir auch den bands geben das ist der einfache grund dahinter jeder der ticket gekauft hat ist bei mir persönlich in der excel tabelle erfasst und ich bin ja auch vor ort und dort wird das bei 35 45 leuten jetzt da sein werden es ist alles wirklich überschaubar ich kann das alles einsehen wer bezahlt hat wer wer nicht und dann stecken wir das klima hin und ja das wollte ich euch jetzt mitteilen es ist mitten in der nacht und dann ich muss gleich zur arbeit wir halten euch auf dem laufenden ok